Freunde, ich hab da was für euch. Vor uns steht ein HTC U12 Plus, brandneu, uneingerichtet. Das wollen wir jetzt dabei ändern. Wir gehen die ersten Schritte durch. Was muss ich machen, um telefonieren zu können, ins Internet zu gehen, E-Mails abzurufen, Apps runterzuladen und so weiter? Das schauen wir uns jetzt an. Wir starten mit dem ersten Punkt, und zwar ist es das Einlegen der SIM-Karte, vielleicht auch der Speicherkarte. Auf der linken Seite, ganz wichtig, nur auf der linken Seite, gibt es diesen kleinen Slot. Das ist, hier ist ein Loch mit einer Umrandung, und nur dort dürft ihr ein SIM-Eject-Tool oder eine Büroklammer reinstechen. Alle anderen Löcher sind nämlich Mikrofone, und wenn ihr da was reinstecht, dann könnt ihr die Membran zerstören, und dann ist das Ding gerne mal hin. Also, diesen Slot braucht ihr. Hier legt ihr dann die SIM-Karte ein. Gebraucht wird eine Nano-SIM-Karte und eine MicroSD, wenn ihr den Speicher erwarten möchtet. Die Nano-SIM-Karte, das ist die kleinste aller Versionen, die legt ihr dann hier rein. Dann schaut ihr, okay, hier ist ein Loch, hier ist ein Loch, so muss das hin, rein damit, und dann ist damit auch der erste Schritt schon getan. Jetzt starten wir das Telefon, dafür haben wir auf der rechten Seite diese drei Buttons. Den untersten brauchen wir, den mit der Schraffur, den drücken wir für 1, 2, 3 Sekunden. Es kommt direkt eine Vibration als Feedback, und dann landen wir beim Startscreen. HTC, Powered by Android, und dieses Orange, ich kann euch ehrlich gesagt nicht sagen, was es bedeutet. Das wird aber vermutlich bei eurem Gerät nicht sein, das könnte daran liegen, dass ich hier ein Press-Sample habe, und hier noch eine Software drauf ist, die zwar schon final ist, aber noch mit dem ein oder anderen veränderten. HTC U12 Plus, Powered by Android, Qualcomm, ach, bei Qualcomm Snapdragon, Verzeihung, Powered by Android war ja schon davor. Und dann kommen wir auch schon zum Welcome Screen, so sieht das Ganze aus. Vision Settings, Emergency, erstmal ändern wir die Sprache auf Deutsch. Deutsch, Deutschland. Und dann sind wir hier. Eine sehr, sehr schöne Grafik im Hintergrund. Was wir aber machen wollen, ist natürlich loslegen, also klicken wir auf Los geht's. Einen Notruf können wir trotzdem absetzen, und in den Seheinstellungen können wir alles ein bisschen vergrößern, nochmal oder uns vorlesen lassen, für den Fall, dass wir mit den Augen nicht mehr ganz so fit unterwegs sind. Los geht's. Was möchten wir jetzt machen? Wir schauen natürlich auch gleich, welche Apps vorinstalliert sind. Wir richten den Fingerprint-Reader ein, wir schauen, wie viel Speicher noch frei ist. All das. Möchten wir auf das Internet zugreifen? Falls ja, dann ist das hier der Weg, um uns mit dem WLAN zu verbinden. Hier suchen wir also unser WLAN aus und geben das Passwort ein. Im Idealfall stimmt das Passwort und wir sind verbunden. Genauso ist das hier. Dann klicken wir auf Weiter. Wir kommen zu den Nutzungsbedingungen. Endbenutzer, Lizenzvereinbarung, Nutzungsfehlerbericht und so weiter. Müssen wir dem zustimmen, ja oder nein? Schauen wir mal, was bei den Nutzungsdateneinstellungen kommt. Helfen Sie HTC und Ihren Partner bei der Verbesserung. Wenn wir das Häkchen wegmachen, dann können wir das trotzdem speichern. Und ihr seht es schon, wir können auf Weiter klicken. Die Nutzungsbedingungen, die muss ich aber auf jeden Fall akzeptieren. Wir kommen zum nächsten Schritt. Nach Updates suchen in wenigen Minuten ist alles bereit. Ihr kennt das, dieses wenige Minuten, das ist nach ein paar Sekunden erledigt. Wir kommen zur Google-Anmeldung. Wenn wir uns hier jetzt anmelden, dann wird gleich, während wir im Hintergrund noch, naja, ich sag mal, den ersten Start begutachten, schon sowas wie Mails abgerufen, nach Aktualisierungen gesucht und so weiter. Man könnte also direkt ins Internet, auch weil wir mit dem WLAN schon verbunden sind. Ihr seht das hier oben. Damit melden wir uns jetzt auch an. Ihr könntet aber auch ein komplett neues Konto erstellen. So, auch hier war das Passwort richtig sehr, sehr schön. Wir sind beim nächsten Punkt. Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärung. Dieses Konto jetzt nicht hinzufügen, dann hätten wir uns den Schritt gerade sparen können. Deswegen, ich stimme zu. Die Daten werden überprüft. Kontoinformationen abgerufen. Bitte warten. Und jetzt, es gibt keine Sicherung. Das ist vollkommen okay. Denn ich möchte auch als neues Telefon komplett starten. Datum und Uhrzeit anpassen. 30. Mai, 13.11. Das passt beides weiter. Okay, kommen wir zu den Google-Diensten. Sicherung und Speicher möchten wir sowas wie App-Daten, die Anrufliste, Kontakte, Geräteeinstellungen und WLAN-Passwörter, sowie Berechtigungen und SMS speichern in Google Drive. Das erleichtert dann natürlich den Smartphone-Wechsel enorm. Trotzdem, ich bin kein Fan davon. Deswegen lassen wir das. Weiter geht es mit dem Standort. Dürfen Apps den Standort ermitteln? Ja oder nein? Und wie sieht es mit der Standortverbesserung aus? Die Standortverbesserung, die sorgt dafür, dass man noch näher auf euren Standort zugreifen kann. Je nachdem, wofür ihr das braucht, ist es natürlich dann gut. Bei Navigation zum Beispiel. Könnt ihr trotzdem unabhängig voneinander deaktivieren. Zumindest könnt ihr die Standortgenauigkeit ausschalten. Wenn ihr aber den App-Standort ausschaltet, dann wird natürlich automatisch auch schon die Standortgenauigkeitsverbesserung ausgeschaltet. Die Systemdaten, wenn es irgendwelche Probleme gibt bei der Akkulaufzeit, bei Apps oder bei Netzwerk, dann könnt ihr diese Informationen, die Fehlinformationen an Google senden und die verbessern das. Wenn ihr das nicht möchtet, Häckchen weg, zack. Updates und Apps installieren, das muss automatisch auch zugestimmt werden. Okay. Möchten wir den Google Assistant anmelden? Möchten wir ihn nutzen? Ja oder nein? Dann können wir hier auf Weiter klicken. Der braucht dann Zugriff auf den Standortverlauf. Wenn ihr auf Nein Danke klickt, dann ist es aber vollkommen okay. Wir kommen zum HTC-Konto. Braucht ihr das? Nein. Könnt ihr das haben? Ja. Ihr könnt es hier auch neu erstellen? Absolut kein Problem. Oder wir überspringen das? Ich überspringe das immer. Was fällt uns weg? Naja, benutzerdefinierte Themes zum Beispiel können wir nicht nutzen. Für mich absolut gar kein Problem. Ich kann das natürlich alles selbst, wenn ich das jetzt auf Nein klicke, im Nachhinein noch ändern. Also nicht verwenden. Edge Sense, Lautstärke und Energiesteuerung. Probieren Sie das neue Touch-Erlebnis aus, drücken Sie die Lautstärke-Regelung, um die Lautstärke einzustellen, um die Energiesteuerung, um den Bildschirm einzuschalten. Okay. Man bekommt also ein erstes Gefühl für diese Tasten. Das ist absolut gewöhnungsbedürftig, aber man gewöhnt sich daran. Klicken wir also auf Weiter. Wir haben das verstanden. Edge Sense. Es lässt sich hier der Rahmen drücken. Er lässt sich tappen. Und man kann ihn auch gedrückt halten für verschiedenste Funktionen. Eine sehr, sehr besondere Funktion, die wir da dank HTC haben, können wir jetzt einrichten. Machen wir auch einfach mal die Empfindlichkeitsstufe einstellen. Wir nehmen das also in die Hand und drücken dann dreimal so, wie wir denken, dass wir das im Alltag machen werden. So, die Empfindlichkeitsstufe ist eingestellt. Klicken wir auf Weiter. Es geht übrigens um ungefähr diesen Bereich hier. Nur dieser ist drückbar. Das habt ihr aber sofort raus. Testen Sie Ihre Druckkraft. Versuchen Sie zu drücken, um den Ballon zu füllen und anschließend loslassen, um ihn zu starten. Also, okay, wir drücken. Der Luftballon wird aufgepumpt. Und wenn wir loslassen, fliegt er wieder weg. Das ist einfach eine sehr, sehr spielerische Heranführung dafür, dass man das Gefühl dafür bekommt. Probieren Sie die neue Funktion für doppeltes Antippen an beiden Kanten aus. Tippen Sie doppelt auf eine der beiden Kanten, um den Einhandmodus zu starten. Funktioniert absolut super. Das Ganze kann man natürlich auch verschieben. Man kann es auch größer oder kleiner machen. So. Das Ganze geht auch auf der anderen Seite. Und dann wird es entweder groß oder klein. Je nachdem, wie wir es gerne hätten. Eine sehr, sehr gute Funktion kann man auf jeden Fall auch mal nutzen im Alltag, wenn man mit den Fingern nicht überall hinbekommt. Edge Sense ist bereit. Auch das ist gut. Jetzt haben wir noch zwei weitere Möglichkeiten. Eine Gesichtsentsperrung über diesen Bereich hier. Einen Fingerabdruck. Oder wir überspringen das Ganze. Wir entscheiden uns mal für den Fingerabdruck. Natürlich braucht es eine alternative Entsperrmethode für den Fall, dass der Finger dann mal nicht erkannt wird. Und wir können uns auswählen, ob das beim Gerätestart auch, naja, abgefragt werden soll. Nein, das nicht. Als Pin. Eins, zwei, drei, vier. Einfach mal, um hier was Leichtes zu haben. Benachrichtigungen auf dem Logscreen. Was soll angezeigt werden? Soll alles angezeigt werden? Soll gar nichts angezeigt werden? Oder soll angezeigt werden, das von bestimmten Personen, was da ist, aber nicht der Inhalt? Dann können wir das hier einstellen. So, Fingerabdruck. Befindet sich auf der Rückseite in diesem Bereich. Da halten wir den Finger drauf. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal. Und zack, ist der Fingerabdruck drin. Man könnte noch einen anderen Fingerabdruck hinzufügen. Das sparen wir uns jetzt aber mal. Wir klicken auf Weiter. Jetzt können wir noch einen Namen eingeben. Möchten wir das? Ja oder nein? HTC Sense Startseite kann Ihnen basierend auf Ihren Interessen und Standorten entsprechend Apps und Informationen zeigen. Den genauen Standort teilen? Ja oder nein? Persönliche Nutzungsdaten? Ja oder nein? Ihr seht schon, müssen wir nicht anklicken. Einfach nach ganz unten scrollen auf Weiter. Wir kommen zu dem Punkt, an dem wir uns Apps auswählen dürfen, die uns vorgeschlagen werden. Wenn wir diese hier auswählen, dann werden sie direkt installiert. Es wird sehr, sehr viel vorgeschlagen. Ich möchte davon nichts haben. Also überall die Häkchen weg auf Fertigstellen. Das Setup wird beendet und gleich sind wir da. Das Telefon ist komplett eingerichtet. Und wenn das hier fertig ist, könnten wir E-Mails abrufen, telefonieren, SMS schreiben. Natürlich, wenn die SIM-Karte drin ist, dann wird auch noch die PIN abgefragt. Das haben wir uns jetzt gespart. Es wird aber auch direkt geschaut. Naja, man kann komplett loslegen damit. Jetzt außerdem können wir direkt noch aussuchen, welche Tasten wir hier unten haben wollen. Zurück, Startseite letzte. Verschieben kann man das hier nicht. Man kann aber auswählen, dass die Navi-Leiste ausgeblendet werden soll und der Bildschirm ausgestaltet soll. Ebenfalls als zwei Punkte hier unten. Wir bleiben bei der normalen Anordnung, übernehmen das und jetzt gucken wir uns an, was ist eigentlich vorinstalliert. HTC Sense Companion ist von HTC. Mail ist von HTC. Kalender ist von Google. Ihr seht also, es sind ein paar installierte Apps schon da von HTC natürlich, um das Ganze zu personalisieren, um den HTC eigenen Charme mit drauf zu bringen. HTC Alexa zum Beispiel oder Record oder Viveport. Es sind also tatsächlich gar nicht so wenig. Als Social-Apps sind Instagram, der Facebook Messenger und Facebook mit dabei. Bei Medien, Sprachrekorder, News Republic. Schauen wir mal, ob wir das installieren oder deinstallieren könnten. Deinstallieren? Tatsächlich nicht. Okay. Wie sieht das aus mit sowas wie HTC Alexa? Ebenfalls nicht. Okay. Themes haben wir mit dabei. Für die Produktivität, Nachrichten und Telefon. Okay. Schauen wir mal auf dem. So. Es sind natürlich die Google-Apps mit dabei und dann sehe ich hier schon noch weitere Create-Apps. Die sind nicht auf jedem Telefon. Die sind hier aber auch mit vorinstalliert. Mal schauen. Können wir zum Beispiel Tabellen deinstallieren? Entfernen können wir das Ganze. Okay. Jetzt gehen wir noch in die Einstellungen rein, um zu schauen, wie viel Speicher ist denn wirklich verfügbar. 50,38 GB sind frei von 64. Das heißt, 13,62 sind bereits in Verwendung. Ihr kauft euch also die 64 GB Version und habt 50 GB frei. So viel dazu. So viel zur Ersteinrichtung. Ihr seht schon, hier oben passiert eine ganze Menge. Da ist ein bisschen was von der Tastatur. Mails sind abgerufen. Apps sind auch schon da. Der Play Store und so weiter. Jetzt könntet ihr loslegen. Und das war es von mir in diesem Video. Schaut euch mein Unboxing an und schaut euch unbedingt mein erstes Eindrucksvideo an. Da erfahrt ihr auch nochmal über alle Feature, damit ihr ganz genau Bescheid wisst, was das HTC U12 Plus kann. Vielen Dank an die Jungs und Mädels von PC-Welt. Die haben mir das Gerät nämlich zur Verfügung gestellt. Mein Sample ist noch nicht unterwegs. Die haben es schon. So kann ich euch früher darüber berichten. Schaut in die Beschreibung. Da findet ihr einen Link zu den Jungs. Und dann war es das von mir in diesem Video. Vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.